Der Essenzen-Podcast. Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel. Die Väter feiern. Von Ian White, australische Buschblütenessenzen. Wir sind vielleicht nicht alle Väter, aber wir alle hatten einen. Der Mensch, der sie heute sind, wurde sehr stark von ihrem Vater und ihrer Beziehung zu ihm geprägt. Die Rolle der Väter hat sich in den letzten 200 Jahren dramatisch verändert, weit mehr als die Rolle der Mütter. Dieser Wandel wurde durch die industrielle Revolution herbeigeführt, die dazu führte, dass Familien in große Städte zogen und Väter tagsüber von zu Hause weggingen, um zu arbeiten. Bis zu diesem Zeitpunkt arbeiteten die Kinder oft mit ihrem Vater zusammen und lernten Fähigkeiten und einen Beruf direkt von ihm. Kürzlich wurde eine große Gruppe sechsjähriger Kinder in New York gefragt, was ihre Väter beruflich machen, und fast keines von ihnen wusste es. Metaphysisch gesehen ist der Hauptfokus eines Mannes die Arbeit, dann die Partnerin und zuletzt die Kinder. Daher kann es für manche Männer sehr leicht sein, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren und keine Zeit zu finden, eine wirklich gute Beziehung zu ihren Kindern aufzubauen. Viele Väter kommen müde von der Arbeit zurück. Sie schalten von ihrem stressigen Job ab, indem sie sich vor dem Fernseher, der Zeitung, dem Internet oder mit Alkohol ablenken, anstatt sich mit ihren Kindern und ihrer Partnerin zu beschäftigen. Robert Bly, eine wichtige Figur der Männerbewegung in den Vereinigten Staaten, stellte vor zwei Jahrzehnten traurig fest, dass der durchschnittliche Vater 50% weniger hinter seiner Zeitung hervorschaut, als noch vor zehn Jahren. Hat sich dies in der Zwischenzeit zum Positiven verändert? Red Helmet Orchid ist eine großartige Essenz sowohl für das Kind als auch für den Vater, da sie die Bindung zwischen beiden stärkt. Als ich diese Essenz das letzte Mal herstellte, machte ich sie am Vatertag, der leider für viele Männer ein Tag der großen Traurigkeit ist, da sie vielleicht über die fehlende Bindung zu ihren eigenen Kindern nachdenken. Scheidungen sind erst in den letzten 50 Jahren recht häufig geworden. Eine der ziemlich traurigen Statistiken im Zusammenhang mit Scheidungen in Ländern wie den Vereinigten Staaten und Australien besagt, dass nur ein Jahr nach der Trennung 30% der Männer keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern haben. Und das wirkt sich sowohl auf das Leben der Kinder als auch auf das des Vaters sehr negativ aus. Neben dem körperlich abwesenden Vater gibt es auch den emotional abwesenden Vater, der mehr mit seiner eigenen Welt und seinem eigenen Leben beschäftigt und abgelenkt ist, als mit dem seiner Kinder. Die negativen Auswirkungen beider Szenarien auf die Kinder sind ähnlich. Die Konsequenzen der Abwesenheit eines Vaters im Leben seines Sohnes oder seiner Tochter sind beträchtlich. Bei Jungen kann das dazu führen, dass sie Banden beitreten oder vielleicht eine lebenslange rebellische Haltung gegenüber Autoritätspersonen wie Lehrern, Polizisten, Chefs usw. einnehmen. Weiterhin fehlt ein Vorbild für den Umgang mit Frauen und das Verhalten als Mann. Die Auswirkungen eines abwesenden Vaters auf die Töchter zeigen sich in einer geringeren Chance auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung, die in vielen Fällen tiefgreifende wirtschaftliche Folgen hat. Auch Teenager-Schwangerschaften und Probleme mit dem Selbstwertgefühl nehmen zu. Letzteres ist auch bei Söhnen zu beobachten. Ein überraschendes Ergebnis einer 35 Jahre dauernden Studie über Empathie zeigte, dass ein fürsorglicher, präsenter, guter Vater entscheidend dafür ist, dass sich diese Eigenschaften auch bei seinen Kindern voll entwickeln. Glücklicherweise gibt es die Rough Bluebell-Essenz, die denjenigen dabei hilft, Empathie und Mitgefühl zu entwickeln, denen es an diesen Qualitäten eher mangelt. Wenn Sie das Glück hatten, dass Ihr Vater in Ihrer Kindheit und Jugend in Ihrem Leben präsent war, können Sie sich folgende Fragen stellen. Was für ein Vater war er und wie war sein Erziehungsstil? John Lee beschreibt in seinem Buch »Auf der Hochzeit meines Vaters« »Vier negative Erziehungsmuster, die recht häufig vorkommen.« Wenn Sie Ihren Vater in einem dieser Muster wiedererkennen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie selbst etwas von diesen Eigenschaften übernommen haben. Leider sind wir als kleine Kinder wie energetische Schwämme und übernehmen die emotionalen Muster unserer Eltern, bevor wir genug Lebenserfahrung haben, um zu erkennen, dass dies vielleicht nicht deren besten Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale sind. Die vier Erziehungstypen in Lees Buch sind »Der König« Die Kinder leben in seinem Königreich und müssen sich an alle Regeln des Königs halten. Entweder man tut, was er sagt, oder man kann gehen. Dies entspricht ziemlich genau dem Galmier-Lily-Typ. »Der Kritiker« Er kritisiert ständig, setzt andere herab und ist sehr pingelig. Die klassischen negativen Aspekte der Yellow Cow Slip Orchid. Der passive Vater Er war emotional nicht anwesend, er war schwach und gab alle Verantwortung für die Familie an seine Frau, die Mutter, ab. Dies ist eine Kombination aus Carpock-Busch und Five Corners. Der abwesende Vater Wenn er die Familie nicht körperlich verlassen hat, dann hat er sich ganz auf seine eigenen Karriere und seine Aktivitäten konzentriert und war nie für die Kinder da. Er erschien nie zu Schulveranstaltungen oder sportlichen Aktivitäten, kümmerte sich nicht um die alltäglichen langweiligen Dinge wie die Kinder zur Schule zu bringen, Regeln aufzustellen und bei Bedarf zu disziplinieren. Boab, eine der am tiefsten wirkenden australischen Buschblütenessenzen, ist das Mittel, das dabei hilft, negative Muster in Bezug auf den Vater zu klären, damit sie nicht an die nächste Generation von Kindern weitergegeben werden. Diese Essenz eignet sich hervorragend, um übernommene negative männliche Stereotypen in Bezug auf Vaterschaft, Gewalt, Unfähigkeit das Herz zu öffnen oder Gefühle zu nähren, auszudrücken und zu klären. Boab, Red Helmet Orchid und Yellow Cowslip Orchid sind alle in meiner Männermischung der Men's Essence enthalten. Stephen Biddulph vertritt in seinem ausgezeichneten Buch Manhood die Ansicht, dass sein Sohn sich unbedingt bemühen sollte, mit seinem Vater in Kontakt zu treten und zu kommunizieren. Ich denke, es ist auch für eine Tochter sehr wichtig, dies zu tun. Biddulph schlägt vor, sich die Zeit zu nehmen, etwas über den Vater herauszufinden, ohne zu urteilen. Vielleicht die Geschichte seiner Ehe, wie die Vaterschaft für ihn war, wie seine Kindheit aussah. Er schlägt außerdem vor, dies nicht in einem Café zu tun, sondern an einem privaten und ruhigen Ort, vielleicht sogar auf einer gemeinsamen Reise, damit genügend Zeit zur Verfügung steht. Der bevorstehende Vatertag könnte eine gute Gelegenheit sein, mehr über Ihren Vater zu erfahren und Ihre eigenen Erfahrungen mit dem Aufwachsen mit Ihrem Vater zu teilen. Wenn Sie keinen sehr guten Draht zu Ihrem Vater haben, sollten Sie vielleicht eine Kombination aus Dagger Hakea für Vergebung und Red Helmet Orchid nehmen, bevor Sie versuchen, wieder mit ihm in Kontakt zu treten. Wenn Ihr Vater nicht mehr lebt, empfiehlt Biddulph mit seinen Freunden oder seiner Familie zu sprechen, um diese Dinge zu erfragen. Sie könnten auch mit Busch Fuchsia und Green Spider Orchid arbeiten, damit Sie intuitiv Dinge wie Ihren Vater erfahren. Manche Menschen machen eine Reise zu dem Ort, an dem Ihr Vater aufgewachsen ist, der vielleicht sogar in einem anderen Land oder Staat liegt, und besuchen wichtige Orte in seinem Leben. Ich hoffe, dass diese Artikel und der Vatertag selbst zu einer noch engeren, liebevollen Beziehung und Verbindung zu Ihrem Vater führen. Und wenn Sie selbst der Vater sind, hoffe ich, dass Sie diese Beziehung zu Ihren Kindern immer weiter verbessern können. Viel Liebe, Licht und Respekt, Ian White 健 blendend zur FBI giappạchze und kor falta aufgewachsen. Musik 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 Vielen Dank.